So, in der Heiner Schule. Verstopfung. Dachte erst, dass Klopapier wäre. Ist es aber nicht, das ist immer drin. Komm nur nicht ran, wie wir das Klo abbauen. Hier ist nichts drin, aber da. Mal gucken. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es weit weg ist. Na, da haben wir es. Naja, im Nachhinein, wenn der Klos jetzt fehlt, könnte man sich vorstellen, dass da ein Klos jetzt drin ist. Die Frage ist, wartet oder wartet nicht? Ich gehe davon aus und warte. So, scheint hier wieder zu funktionieren. So, wieder da rin. Rühren wir mal schön durch. So. Wunderbar. Und spüren wir mal ordentlich. So. So. So.